Hallo, heute mal wieder Bier-Test. Ganz spontan, weil ich so saudurch gehabt habe. Schwanenbräu aus Wertingenhell. Das verdanke ich am Thomas von der Freiwilligen Feuerwehr Gottmannshofen. Ich muss sagen, es schmeckt hervorragend. Selten so ein gutes Helles gehabt. Es hat fünf Prozent und es kommt anscheinend aus einer kleineren Brauerei. Ist aber ein saugutes Helles. Ich hätte es fast vergessen vorzustellen, aber danke Thomas, schmeckt echt spitze. Wenn ich wüsste, wo es es gibt, würde ich es kaufen.